Wir werden uns hier heute darüber unterhalten, wie man ein Baumdiagramm bei drei Zügen ohne Zurücklegen schnell und effizient befüllen kann. Dazu vielleicht folgende Voraussetzung. In einem Gefäß befinden sich sieben rote und fünf blaue Kugeln. Also insgesamt zwölf Kugeln. Nun ja, da wir dreimal ziehen ohne Zurücklegen, wird sich natürlich bei jedem Zug die Anzahl der Kugeln, die zur Verfügung stehen, verändern. Lassen Sie mich hier kurz einteilen. Alles, was hier nach links runter geht, werde ich als rot verstehen. Alles, was hier rechts runter geht, als blau. Wichtig dabei ist, um die Arbeit hier möglichst effizient zu machen, zuerst vielleicht einfach die Bruchstriche einzuzeichnen, die wir hier ja benötigen werden. So, und damit haben wir sie schon alle. Dann wissen wir, beim ersten Zug stehen uns tatsächlich zwölf Kugeln zur Verfügung, beim zweiten Zug nur noch elf. Und beim dritten Zug sind es letztlich nur noch zehn Kugeln, die wir noch in diesem Behälter vorfinden. So, und noch einmal zehn, ein vorletztes Mal und ein letztes Mal der Zehner. Wir haben insgesamt sieben rote Kugeln. Da alles, was hier links runter geht, rot bedeutet, wissen wir, dass, wenn wir eine rote Kugel gezogen haben, nur noch sechs rote Kugeln zur Verfügung stehen. Und wenn wir hier weiter eine rote Kugel ziehen, dann haben wir nur noch fünf rote Kugeln. Jetzt beachten Sie bitte, dass bei jeder Verzweigung innerhalb des Baumes in der Verzweigung insgesamt ein Ganzes auftreten muss. Das heißt, sechs Elftel und wie viel sind elf Elftel, das heißt, hier fehlen noch fünf auf das Ganze. Das hätte man natürlich auch anders überlegen können. Man hätte sagen können, wenn ich beim ersten Zug eine rote Kugel gezogen habe, dann habe ich noch alle blauen Kugeln in meinem Gefäß. Schneller geht es manchmal, wenn man diese, es muss sich eins ergeben, Regel einhalten möchte. Das geht auch hier unten. Fünf Zehntel und wie viel sind zehn Zehntel? Naja, fehlen fünf. Auch hier hätte man freilich überlegen können, beim ersten Zug eine rote, beim zweiten Zug eine rote Kugel. Es müssen also noch alle fünf blauen Kugeln in dem Gefäß zur Verfügung stehen. So, hier wird es jetzt schon etwas lästiger. Hier, ich habe sieben rote Kugeln, da habe ich einmal eine rote gezogen, dann habe ich eine blaue gezogen. Jetzt müsste ich hier überlegen, wie viele rote habe ich noch, wie viele blaue habe ich noch. Die Überlegung funktioniert einfacher hier mit den blauen Kugeln. Wenn ich eine blaue Kugel gezogen habe und sie, weil ich nicht zurücklege, einfach weggelegt habe, dann habe ich noch vier blaue Kugeln. Vier und wie viel ist zehn? Vier und sechs ist zehn. Ich habe also eindeutig noch sechs rote Kugeln in der Urne vorhanden. Das könnte ich auch bestätigen, indem ich sage, naja, eine habe ich hier ganz oben gezogen. Lassen Sie mich also noch einmal kurz nachvollziehen. Sieben rote Kugeln hatte ich. Eine habe ich gezogen, dann hatte ich nur noch sechse. Eine habe ich gezogen, dann hatte ich nur noch fünf. Fünfzehntel und wie viel ist ein Ganzes? Fünfzehntel und fünfzehntel ergeben ein Ganzes. Hier habe ich zuerst eine rote gezogen, dann habe ich eine blaue Kugel gezogen. Diese fünf Elftel habe ich festgestellt, indem ich gemeint habe, sechs Elftel und wie viel ist ein Ganzes? Sechs Elftel und fünf Elftel ergeben ein Ganzes. Dann habe ich hier nochmals eine blaue gezogen. Wenn ich vorher fünf blaue hatte, dann habe ich hier natürlich nur noch vier blaue Kugeln zur Verfügung. Vier und wie viel ist zehn? Vier und sechs ist zehn. Das heißt, für die nächste rote habe ich noch sechsehntel. Damit wäre der linke Teil dieses Baumes bereits befüllt. Lassen Sie uns den rechten Teil befüllen. Da werde ich jetzt einfach praktisch immer diese Einserregel verwenden. Wir haben also fünf rote Kugeln, dann haben wir nur noch vier, dann haben wir nur noch drei rote Kugeln. Vier und wie viel ist elf? Vier und sieben ist elf. Vier und wie viel ist zehn? Vier und sieben ist zehn. Nur hier muss ich jetzt noch einmal überlegen, wenn ich eine rote Kugel gezogen habe, also von den sieben roten Kugeln, wie viele rote habe ich dann noch? Natürlich sechs. Und schließlich sechs und wie viel ist zehn? Vier und vier ist zehn. Und damit ist der Baum, wo ich dreimal gezogen habe, ohne zurückzulegen, ohne größere Überlegungen, rasch und effizient ausgefüllt. Und hier vielleicht gleich noch ein weiteres praktisches Beispiel, zum Beispiel, keine Ahnung, zehn grüne, acht rote Kugeln. Und auch hier wollen wir wieder dreimal ziehen, ohne zurücklegen. Erster Schritt wiederum, die Bruchstriche, eine der lästigen Arbeiten im Zusammenhang mit dem Ausfüllen eines solchen Baumdiagramms. Aber naja, wir haben insgesamt 18 Kugeln, zehn grüne und acht rote. Das heißt, am Anfang habe ich tatsächlich 18 Kugeln. Nach einem Zug habe ich nur noch 17 Kugeln zur Verfügung. Und schließlich für den dritten Zug sind es dann tatsächlich nur noch 16 Kugeln. So, hervorragend. Links runter nehme ich grün. Also alles, was in diesem Baum nach links unten zeigt, ist mit grün in Verbindung zu bringen. Alles, was im Baum nach rechts unten zeigt, ist mit rot sozusagen beschriftet. So, wie viele grüne Kugeln habe ich? Zehn. Dann nur noch neun. Dann nur noch acht. So, neun. Und wie viel ist siebzehn? Neun und acht ist siebzehn. Acht und wie viel ist sechzehn? Acht und acht ist sechzehn. Hier muss ich jetzt nochmal überlegen, wenn ich eine rote Kugel ziehe, vorher hatte ich ja acht, dann habe ich nachher nur noch sieben. Sieben und wie viel ist sechzehn? Sieben und neun ist sechzehn. Der linke Teil des Baums ist damit befüllt. Für den rechten gilt, ich habe zuerst acht, dann sieben, dann sechs rote Kugeln. Sieben und wie viel ist siebzehn? Sieben und zehn ist siebzehn. Hier müsste ich sozusagen runterzählen, wenn ich eine grüne Kugel gezogen habe. Wie viele grüne habe ich noch? Natürlich neun. Neun und sieben ist sechzehn. Sechs und zehn ist sechzehn. Und schon ist dieser Baum vollständig befüllt. Untertitelung des ZDF, 2020